Oh, ja, Mann! Ein leichter Boss! Auf solche kannst du einfach verzichten, da willst du gar nicht, dass ich deine Videos gucken. Ja. Jawoll. Da hast du ein schön leichter Boss hier. Ja, Mann! Hier ist unter P.A. Da ging mein Telefon. Müsste ich mir dann wegdrücken. So, nächstes Ebene. Ach, geimer Raum, mach schon so. Letztes Ebene. Immerhin weiter als vorhin, ne? Ja. Ich mach mal im Kart und guck, wer mich angerufen hat, ja? Jo. So, da sind wir wieder. Jo, da sind wir wieder. Wo warmen wir denn? Wo warmen wir denn? Peace. Jo. Ähm. Ach. Worm zwei Grad anfängt. Und ein lag. Los. Komm her. Wow noch. Ja komm, da war meine Fagel. Meine Kerze. Hey, komm her, Bosse. Kannst vergessen. So. Bam. Loki. Boah, hab ich den lange nicht gesehen. Ist auch lange kein Isaac geschwählt. Na, was dran? Okay. Stirb doch. Okay. Gib ihm. Jawohl. Ja, das überlebt er natürlich jetzt. Klar. Ich bin sehr dankbar. beschwört den Fußtritt von Marm auf einem zufälligen Gegner. Das hatten wir doch am Anfang schon. Stimmt. Boah, das ist mir zu reskant. Ich will keine Herzen verlieren. Okay. Ich will die Bostür finden. Es wird lustig, dann Marms Beine auf dem Marms Haar treffen zu lassen. Ich glaube, das hast du auch schon mal gemacht, oder? Na, ich glaube. Hat es zumindest vor. Das weiß ich nicht. Fug, Alter, wenn ich jetzt sterbe, boah. Dann bist du tot. Ja. Und dann erwachst du wieder. Mit nur noch einem Herzen. Wäre leicht sehr stark schreit. Boah. Ja, los. Frist es auf, Alter. Geh weg. Boah. Halbes Herz. Danke. Ich gebe ihm mal ein Telefon. Ja. Oh. Again, you're dead? Ich glaube, ja. Ich muss warten. Aber wir sind doch gleich fertig. Oh, jammer, schade. Hammer, ich habe auch eigentlich nichts aufgenommen. Ich will kein Leben verlieren. Komm, Lava. Nicht damit. Jawohl, ja, es ist hier. Ich bin dankbar für jedes Herz, Mann. Ach, die Sterne. Das war getroffen. Das ist unglaublich. Ich mache nochmal eben eine Aufnahmepause. Ja. Da sind wir wieder. Mal wieder. Wieder, mal wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann... Scheiße. Verdammt, ey. Ich will einfach nur meine vollen Herzen haben und dann zum Amts abgehen. Wenn nicht, könnte ich das da bei dem... Bettler machen, aber... Ja, der Bettler ist halt der Bettler. Mit Stacheln drum halt. Das war aber nicht gerade schön. Wenn ich irgendwo Schaden nehme, boah. Ich klatsche irgendwas um, ey. Hätte ich ja nur noch einen Herzcontainer gegen Mamsat. Ich will nur Herzen haben. Mehr will ich nicht. Oh, ich bin glaub, ich hab in meiner anderen Zeitzeit gekommen. Hat man das gehört? Ja, boah. Ist nicht weiter schlimm. Okay. Nein, du darfst sagst. Jo. Oh, komm schon. Boah, geil! Ah, Orgasmus. Ja, Mann. Boah, hat sich voll gelohnt. Ah. Ja, hat sich echt voll gelohnt, ey. Okay. Jetzt brauche ich auch den Bettler nicht mehr. Krangert, Mann. Oh, ja. Jetzt ist scheiße was auf die Räume. Ich will zu Mamsat, die mal eben totklatschen. Und dann fertig. Dann hätte ich die Challenge geschafft, trotz... Wann haben wir den Kleingelb, Mann? Nein. Nein, ich soll das nur so gerne. Ich merke's. Aber dann hätte ich die Challenge geschafft, trotz dieser scheiß Katze. Ich meine, ich hätte jetzt eigentlich zwei Herzcontainer mehr. Das wäre eine ganze Reihe. Ist eigentlich viel egal, da. Dafür wäre ich vielleicht jetzt doch schon tot, wer weiß doch schon. Vielleicht war's ja gut, dass ich die Katze eingesammelt habe. Stimmt. Okay, auf zu Mamsat. Schaffst das. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob's das war. Ich weiß gar nicht, ob's das war. Der nener der High Priest ist geguckt. Sorry, tut mir leid. Oh, mein Ding. Ich will! Ich will! Hm. Du musst einmal richtig Schaden kriegen und dann ist es eigentlich schon zu Ende, weil du dann sowieso die ganze Zeit verreckst. Egal, die Challenge habe ich ja jetzt schon geschafft, oder nicht? Ich weiß es nicht. Wenn du jetzt deine drei Herzen verlierst, reckst du und hast immer nur ein Herz. Und da unten Christa ist halt noch schlechter, glaube ich, oder? Ja, aber Satan ist mit der Kerze eigentlich einfach. Aber... Okay, was ist meins? Ja, aber ich weiß auch nicht, ob ich die Challenge jetzt schon geschafft habe, oder nicht? Ja, komm, ich will kein Risiko eingehen. Was hat er jetzt bekommen? Das wird mir gar nicht angezeigt. Nein, gar nichts. Ich habe die Zähne mit den Kills da schon. So. Jo, das war doch mal, naja, mehr oder weniger erfolgreiche Aufnahme. Ah, mehr oder weniger. Ich kiss jetzt genommen für den Fall, dass wenn ich nach unten gegangen war und verreckt wäre, dass die Challenge da nicht was geschafft wäre. Das wäre scheiße. Ja. Ja, das wird schon. Das ist mir schon keiner böse, hoffe ich. Ja, aber ich hoffe immer nicht. Okay. Ja, dann sag ich schon mal, schön, dass du da warst. Gerne wieder. Werden wir sehen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne, gerne. Ich möchte ja jemanden, der mir die ganzen Effekte vorlesen kann. Ja. Kann man sagen. Bis morgen in der Schule. Ach ja, in der Schule. Mann, ich will das nicht wegdrücken, weil ich das so lange nicht gesehen habe. Aber es darf trotzdem jetzt mal fertig werden. Ah, naja, wir können uns einfach nichts mehr erzählen. Bla, bla, bla. Oh, ja. Mal Lacan Loki e. So'n Doppelte, Sunderbieter. Gupt. So hab ich immer. olha, Schaulex. Mann, start. Björg, ich liebe dich. So, weil wir deine Challenge geschafft, finde ich gut. Nerv에다 fries Agricpin corner. ich will nur reingucken wahrscheinlich mit den 80 mit den 4 Schussdingern wahrscheinlich ja ich glaube das hab ich immer schon mal gesehen ja ach weder so ein heftig zwei Spinnenleitern was sagen wir das zweite genau würde ich sagen das war es so, dass du dann weißt, dass du schön aus dir zugeschaut hast und wir sind uns war im nächsten Mal würde ich sagen ja tschüss tschau